Sie blicken ja als Künstlerin auf eine fantastische Karriere zurück. Wenn Sie mal überlegen, was war so der eine große, tolle Moment? Naja, es waren viele ganz große, tolle Momente. Und ich glaube, die große Überraschung für uns war immer wieder sonntags. Dass das so ein großer Hit wurde, das haben wir nicht erwartet. Der Titel war für uns ein bisschen seltsam mit dem vielen Dippidippidipp und wir mochten den Titel nicht so sehr. Und dann hat er uns den größten Erfolg gebracht und der Titel ist jetzt über 40 Jahre alt und läuft heute noch. Und auf den Partys der jungen Leute läuft er auch. Die kennen zwar uns nicht mehr, die wissen nicht, wer Cindy und Bert ist, aber unser Titel läuft noch da. Wenn man Sie so sieht, Sie sehen fantastisch aus. Was tun Sie, um fit und auch gesund zu bleiben? Ich muss sagen, ich arbeite sehr viel. Ja, ich versuche immer am Laufen zu bleiben. Wenn man so einen Motor nimmt, wenn man den ewig eben stehen lässt, ein Auto stehen lässt, das wird dann auch träge mit der Zeit. Und ich lasse das gar nicht aufkommen. Und deswegen mache ich also noch Auftritte, bin noch viel unterwegs und habe mir noch eine sehr schöne Beschäftigung fürs Herz gesucht. Und das ist Seniorenbetreuung. Und das mache ich vier Tage die Woche. Ja, und da bin ich von morgens bis abends unterwegs und habe da sehr liebe Leute und die geben mir auch sehr viel. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch. Man ist zufrieden, man macht was wirklich, was Nutzvolles, was jemandem wirklich auch Freude bringt, wo man helfen kann. Und das ist das beste Gefühl überhaupt. Ja, ich weiß nicht. Danke.